Hallo, hallo, hallo meine Kinder! Willkommen zum 18. Türchen! Nachdem es ja nur gestern wirklich sehr aufregend im 17. Türchen ausgesehen hat, haben wir heute mal was anderes für Sie vorweist, was ruhiges. So ein bisschen weihnachtlich, ein bisschen schmusen, ein bisschen anfassen, ein bisschen tatschi-tatschi, ein bisschen Nächstenliebe. Und was ich damit meine, zeige ich Ihnen in den nächsten Dokumentarstreifen. Jetzt denkt man sich wahrscheinlich, ei, 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 der Ferrari, der war's, der rote. Aber gucken Sie mal genau hin. Gucken Sie mal genau hin. Haben Sie es gesehen? Es war nämlich jetzt wie folgt, der weiß-blaue Ferrari hat die Kontrolle über das Auto verloren, der rote Ferrari hat sogar darauf reagiert, ist langsamer geworden, und haben sogar extra noch mehr gebremst, aber ist dann leider doch hinten reingefahren. Die kleinen Wichel und ich haben uns an dieser Stelle dazu entschlossen, dass das ein Rennunfall ist, weil der Ferrari vorne in blau-weiß wegrutscht ist und der rote trotzdem versucht hat, das noch zu vermeiden. Gebremst, ist vom Gas gegangen, aber es hat dann nicht geklappt. Also hier können wir keine Strafe aussprechen. Und das ist einfach ein kurzes, knackiges, 18. Türchen für Sie gewesen heute. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, lassen Sie es gut gehen und wir sehen uns morgen im 19. Türchen.